Eine langweilige Ausbildung im Büro? Nicht bei uns! Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Reise in die Ausbildung eines Immobilienkaufmannes. Wir, die beiden Azubis der Wohnungsgesellschaft in Winzerwalde, Celina II. Lehrjahr, Angelo III. Lehrjahr, haben ein kleines Video gedreht, um euch die Tätigkeiten eines Immobilienkaufmanns herzuführen. Viel Spaß dabei! Die Ausbildung eines Immobilienkaufmannes dauert drei Jahre. In dieser Zeit wird man in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt. In der Wohnungswirtschaft steht man in engem Kontakt mit dem Mieter. Hier wird alles versucht, um die Zufriedenheit der Mieter beizubehalten. Es werden Probleme aufgenommen und schnellstmöglich behoben. In der Vermietung versucht man für jeden Interessenten die passende Wohnung zu finden. Zur Besichtigung sind wir meistens zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den Firmen-Pkw unterwegs. In der Wohnung angekommen, nehmen wir gemeinsam mit dem Interessenten alles genau unter die Lupe. Wir erklären ihm alle Besonderheiten an der Wohnung, gehen die Zusammensetzung der Miete nochmals durch und ziehen am Ende der Besichtigung ein Fazit. Wir achten bei der Wohnungssuche genauestens auf die Wünsche des Mieters und versuchen alle umzusetzen. Wenn der Wohnungssuchende die passende Wohnung gefunden hat, kommt es zur Vertragsunterzeichnung und Schlüsselübergabe. Zusätzlich erhält jeder Mieter bei uns einen personalisierten WGF-Ordner für seine Vertragsunterlagen. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist die Buchhaltung. Hier werden alle Zahlungseingänge zugewiesen, Mieteingänge überprüft und Rechnungen beglichen. In dieser Abteilung werden alle Einnahmen und Ausgaben verwaltet. Im letzten Ausbildungsjahr ist man in der Technik tätig. Dabei betreuen wir sämtliche Projekte, egal ob Abriss, Umbau oder Neubau. Wir besichtigen die Objekte, protokollieren den aktuellen Stand und nehmen sämtliche Werte auf. Aber auch Bürotätigkeiten und Planungsarbeiten gehören zu dieser Abteilung. Unsere spezielle Azubi-Aufgabe ist das Führen unserer Facebook-Seite. Wir posten regelmäßig Bilder oder Videos von aktuellen Wohnungsangeboten und versorgen unsere Follower mit Neuigkeiten aus der Firma. Das war nun unsere kleine Reise in die Ausbildung eines Immobilienkaufmannes. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen und wenn Sie eine abwechslungsreiche Ausbildung suchen, dann sind Sie vielleicht genau der oder die Richtige für die Ausbildung eines Immobilienkaufmannes. Weitere Informationen rund um unsere Firma und der Ausbildung als Immobilienkaufmann erhalten Sie unter info.wgf.de